Tata! Servus Grüße, herzlich willkommen! Ich bin dieser Mädchen. Wir zocken heute für Roblox... ...Driving. Empire, meine Freunde. Spielst du eine Zettel? Ein süßes längere Zettel haben wir nicht gespielt. Jetzt hab ich wieder mal gepackt drauf. Mal schauen, was wir reißen, meine Freunde. Was haben wir denn hier für ein Auto, meine Freunde? Was haben wir denn hier für ein Auto? Wir haben hier einen 2015er Ausweichherausforderung. Fast geht, haben wir da, meine Freunde. Warte, gell? Gratelein, meine Freunde. Aber, let's go. So, steht an natürlich. Fertig gemacht. So, perfekt. So, Streamer aktualisiert, meine Freunde. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Wunderbar. So. Mega nice, meine Freunde. Heute möchte ich mich gerne anbeweisen. Auto in Kopf. Let's go. So. 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 Das wären ja schon die Autobahn gewesen. Die brauchen wir. So. Wunderbar. So. So, wenn wir die Autobahn schiebern. Auto kaputt! Oder stark bescheiden! Let's go, meine Freunde! Let's go up! Have fun! Let's go! So, rauf auf die Autobahn, meine Freunde! Auf dem Highway! Let's go! Und abfahren! Und abfahren, meine Freunde! Abfahren! Wow! Geiler Roni, meine Freunde! Geiler Roni! Wow! Da bretten wir voll durch, meine Freunde! Da bretten wir voll durch! Wow! Mit einem 322.000 Parkesche, meine Freunde! Wo es mal ein geiles Auto kommt! Das war kein Plan! Aber... Das werden wir schon machen, meine Freunde! Ich meine, machen wir das schon! Let's go! Hallo! Ist der ein da, oder? Geht weiter! Geht's weiter, meine Freunde! Immer weiter, weiter, weiter! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Ein bisschen Eiche pumpen, meine Freunde! Ein bisschen Renn pumpen! Wunderbar! Ich glaub, da haben sie was geändert bei dem Spiel! Das ist jetzt mega! Was ist das da rein? Was ist das da rein? Lass mal schauen, was das ist, meine Freunde! Lass mal schauen, was das ist, meine Freunde! Das ist ein Signal da, oder? So! 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 So, wie schreiben wir? So! So! Now, wir, 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 wiria haben keine Erklärung, meine Freunde! wenn wir den jumpers einmal ausprobieren So, Vollpower, let's go Bump in, meine Freunde, Bump in Wow, versagt, versagt bin ich eins Und macht Spass Wenn man das ideal trifft Dann müssen wir das richtig fett abgeben, meine Freunde Fett Vollgas Vollgas mit Leverkass, meine Freunde Wollen wir kleines Grüne, let's go Vollgas, yeah Was für ein Jump, meine Freunde Was für ein Jump Wir hingen fest Vielleicht kommt er wieder raus Nein, kommt er nicht raus Scheiss, ich bin kleines da Scheiss, ich bin kleines da Let's go Let's go Bump it up, meine Freunde Bump it up Hol doch die Tube durch Hol doch die Tube durch Wir brauchen Crash-A-Rohne Ohne Ender, meine Freunde Wow, ist das geil, ist richtig da Komplett slick Kommen wir da wieder raus Lass mal schauen Lass mal schauen Wir stecken fest, scheiss Boah, da gibt es ja gar eine Tiefgarage Ist ja das geil Sie haben ja gar nicht gewusst, dass da eine Tiefgarage gibt Wow Wow Das hat was von Treiber Ja Oder auch ein Treiber Oder auch das ist die erste Mission, meine Freunde Ist das auch ein Marsch an Treiber, oder? Mega Die Lenkung wäre krach laufen Einschlag ist nicht so gut Mega nice, meine Freunde Mega nice Ist der Jumper blöd? Nein, gibt es nicht Gibt es nicht, meine Freunde, dann mal raus So, let's go Spawn the car Und ab Ab durch die Mitte, meine Freunde Ab durch die Mitte Durch die Bretagne, meine Freunde Let's go Let's go Stream läuft Super Mega Awesome Wah Lecken wir Da Geht's da lang, meine Freunde Ah, das ist ein privates Anwesen A bissl mal's, meine Freunde A bissl mal's A bissl mal's Awesome, meine Freunde Awesome Mega nice Warte jetzt richtig ab Warte jetzt richtig ab Speed ahead, mein Freund Speed ahead So, jetzt sind wir wieder da, wo wir waren Hahaha Es ist so Nice Gaffee Gaffee Ich glaube, ich schiue das hier nicht, fue Mega Freunde Mega 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 Ich brauche noch richtig Cash-A-Running, meine Freunde, richtig Cash-A-Running in Obama. So, let's zurück, let's go. Meine Freunde, let's go. Jetzt hat es um 315.000, wenn wir uns mal schauen, was dann ein cooles Auto gibt. Ich brauche mal so, meine Freunde, überströme ich jetzt 10 Minuten. Ich habe schon ein paar Tausendmal schon gemacht, meine Freunde, ein paar Tausendmal schon gemacht. Let's go. Wow. Ah, das ist die Hauptauto, jawoll. Mega. Oh, ich soll, ist auch gut. Ob es da jetzt ent weitergeht oder nicht. Machen wir, wir haben ein Schild. Und das ist der Neff. Der Neff. Da haben sie auch nicht weitergebaut, die Burschen. Da haben sie auch nicht weitergebaut. Let's go, let's go. Okay. Krass Kamera, gell. Jawoll. Perfekt. Ein Nobelhobel. Ein Nobelhobel, meine Freunde. Und 337.000 Bar Cash. Erroni. Und das, meine Freunde. Let's get... Let's go over the bridge, meine Freunde. Over the big, pink, red bridge. 12.000. 12.000. 12.000. 350.000. Mal schauen. Was es da für geile Kahn gibt. Was du für die Razorkars, meine Freunde. Woah, 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 woah. Let's go. Mega nice. Get's over the highway. Ich brauche, mag ja. Schreiber zu meinen. Okay, das liegt dein. Ich brauche, mein Freund. Let's go ahead. Let's go ahead, mein Freund. Let's go ahead. 43.000. 10.000. 10.000. 10.000 brauchen wir, meine. Ich glaube, dein ist dead dead, oder? Ich stelle 70. 70, meine Freunde. 70. Let's go. Hahaha. Macht das Spaß, meine Freunde. Geradeaus zu fahren. Macht keinen Spaß. Alles Bunker, Geld. So, das Ganze nochmal zurück. Wir sind ungefähr bei 345.000, meine Freunde. Und dann. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dass wir die 350.000 waren. Cache. Das haben die anderen so einen Cache. 4,5 Millionen. Also das sind die Einwohner. 353.000. Ich bin erst 294 Meilen gefahren. Die anderen sind 1500 Meilen. Da 3 Millionen. Das ist 4.000 Meilen gefahren, meine Freunde. 4.000 Meilen. Nicht schlecht, würde ich sagen. Nicht schlecht. Aber die geht heute besonders lang, die Brütt. Haben sie die erweitert, oder? Aber die geht jetzt extrem lang, meine Freunde. Extrem lang. Let's go. Aha. Das ist locker. Der zweite Video. Der zweite Video. Der zweite Video. Der zweite Video. ihr würdet. Wichtig. Nice! Nice meine Freunde! Nice! Ich hätte meine Regler in die City vor meine Freunde. Ich müsste nach einer Map suchen. Da gibt es keine. Weltraum gibt es da. Weltraum, in Kenia. Aber da gibt es die Shopper. Was kriegen wir da eigentlich noch? Müssen wir schauen, was wir kriegen. Shop, Burger. Können gibt es nicht. Lassen wir mal schauen. Wenn ich den verkaufen werde, 13.000. Oh, 30.000. Ah, da kommen sie zum Handy teleportieren, wo es natürlich auch nicht gibt. Das ist schlecht. Nicht schlecht. Wir haben 349.000 meine Freunde. 349.000. Wir haben noch ein bisschen Speed. Speed. Und wir haben, let's go, 350.000. So. Wupsi. Habt ihr das gesehen? Jetzt können wir uns zusammen. Autohändler teleportieren, oder? Geht das? Ah, dann mal teleportieren wir. Jetzt sind wir zusammen. Händler teleportieren. Ah, da geht's. Aha. Autos und Motorräder. Let's go. Da müssen wir nicht zu. Müssen wir nicht fahren, meine Freunde. Müssen wir nicht fahren. So. Schauen wir mal, was es da Gutes gibt an Autoronis, meine Freunde. Man hat nicht ganz kalt schauen, meine Freunde. Ganz kalt schauen. Kurz kein Weg. Was mein Ding macht. Mein Vaporator, meine Freunde. Mein Vaporator. Was macht der Vaporator? Dabei kennt ihr schon mal den schönsten. Ah, der schaut ganz gut. Weil da schon ein bisschen Bock auf Vapen, meine Freunde. Die Kamera ist in Kamin. Die Sneakcam. Vom Hausen Kamin ist in Kamin. Meine Freunde sind wieder da. Bevor wir das Auto setzen, meine Freunde. Meine besten Freunde. Meine besten Freunde. Meine Herzen aller Liebsten. Wenn wir uns ein bisschen ein Eiweig haben, meine Freunde. Lassen sie mal ein bisschen was los wapen, meine Freunde. Ein bisschen was los wapen, meine Freunde. Ein bisschen was los wapen. So. Ich mach so ein bisschen halb voll. Für den geilen. Für den geilen Sommer mal. Für den geilen. Ich mach so ein bisschen mehr Luft ansagt, meine Freunde. Ein bisschen mehr Luft. So. Abwischen. Dann machen wir das Auto zusammen. Schauen wir mal das Auto zusammen. so was haben wir denn jetzt sagen sein wir haben wir 2015 haben ja ich habe gemacht aus 2000 das haben wir 2.000 mit das ist ja den amok von den haben mit zweiter gehen geht ja Er ist nicht schlecht, jetzt muss ich aber zuerst meine Freunde entschuldigung bitten. Ich glaube man kann die Karne noch updaten in diesem Test. Man muss jetzt gut nicht schauen. Wo ist mein Auto? Es ist weg. Hat sich verpisselt. Dann müssen wir schauen. Sollte kommen an der Leiste auf der Besschen kann. Oh, das zahlt sich nicht aus, meine Freunde, nach dir aber schon, dass sich das nicht ganz auszut, meine Freunde, so, meine Freunde, mal schauen, weiter gehts, Freunde in der Nacht, kurze Relay von der Brecher, meine Freunde, so, mega nice, let's go, meine Freunde, let's go, so, schauen wir mal, ob man den, aber den haben wir noch nicht gezogen, die Porsche, lass uns schauen, wo ist er denn, da ist er bis jetzt, der 323 kmh, ja, genau, Handling ist 23, das ist natürlich geil, und wenn wir uns jetzt umschauen, warte mal, ist er unschlüssig, der kostet 45.000, ja, genau, und wenn wir jetzt den nehmen, den da mit 45.000, er hat 308 kmh, 45.000, 308 kmh, ja, da sind wir, ja, da sind wir, und der hat mehr Handling, aber weniger Geschwindigkeit, brauchen wir eigentlich nicht, meine Freunde, was ist mit dem da, 318, so, eigentlich schlecht, schauen wir mal, wenn eine höhere Preiskarte gibt, wir müssen ja nicht alles verballern, meine Freunde, der hat 323, 2,3 Sekunden, nicht nur 30%, ich würde jetzt einmal sagen, stauben, ah, der ist schon geil, der ist schon geil, der muss man einfach so, der ist geil, aber, das war er da, was kann er, 304 kmh, besseres Handling, ja, ist nicht so, war bislang, knackig, da sagt der Borsche, 302, ist schön geil, muss man einfach so, ist schön geil, muss man einfach so, ist nice, ist nice, muss man einfach so, das ist mein Krawaller, 325 kmh, ja, gefällt mir überhaupt nicht, was ist mit dem, mein Krumbe, wow, so ein Krumbe war natürlich auch geil, geil, aber es ist überhaupt nicht das, was ich sehe, was haben wir denn da noch, meine Freunde, was haben wir denn da noch, was war denn da noch zu empfehlen, was ist mit dem da noch zu empfehlen, da kann ich nicht 41 kmh sehen, ja, der war schon mal gut, das klingt ja überhaupt nicht gut, so, wenn man jetzt zu unsringen ausschaut, meine Freunde, zuipersmooge, 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 was schlägt denn, jetzt haben wir das ganze Gewäsch da, so, was haben wir denn als nächstes, das ist nicht schlecht, 3,4 Sekunden haben, 3,4 Sekunden, das wollen wir mal merken, mal schauen, was wir nicht da hell kräht da geben, oder, hell kräht, gibt es nicht, hell kräht, kräht, na, da haben wir getäuscht, oder, ja, das ist nicht schlecht, oder, was sagt man überhaupt nicht so, was haben wir denn da, Kavala Spyder, was ist mit dem da, ne, überhaupt nicht, meine Freunde, überhaupt nicht, viele überhaupt nicht, das ist voll langsam, das ist voll langsam, meine Freunde, ich brauche irgendwas, was richtig geil, gell doch, die geht 3,39, der war schon nicht schlecht, gell, 3,39 kmh, schnell, war nicht schlecht, muss man einfach schauen, ob da irgendwas schnelleres geht, wenn nicht 18, jetzt schauen wir einfach alle durch, meine Freunde, 320, 320, der ist schon gut, wir brauchen ja nur mal schnelleres, meine Freunde, der hat 323,3,4 Sekunden, öffnen, jetzt schauen wir einfach einmal in der 100.000, was ist mit dem da, 3,29 kmh, aber auch nicht schlecht, ich bin da überzeugt, wenn wir überhaupt keine Freunde haben, was ist mit dem da, 2,018 kmh, 3,23 kmh, 2,3 kmh, schneller ist nicht schlecht ist nicht schlecht 331 Bist er unschlüssig, meine Freunde? Bist er unschlüssig? Gott! Das klingt ja mega schlecht, meine Freunde. Das klingt ja mega schlecht. Das war jetzt eher da. Das klingt ja mega schlecht. Warte, was schnelles ein gutes Handling hat. Aber unter 323, Standard meine Freunde. Braucht er doch da noch mal gar kein K. 305. Das sind schöne Fahrzeuge, keine Frage mehr. 302. K. 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 305 da ist nicht schlecht 320 316 das ist nur verlenksamer das jana verlenksamer 310 der schuss und er war schon geil das ist nur die frage meine freunde ob er nicht schüttelt ist abgraden und uns mit 350000 was hat der 331.000 aber er gefällt mir einfach mit meine freunde es ist mit 442.000 ja da geht es nicht los meine freunde der war nicht schlecht aber da brauchen wir 442.000 meine freunde 442.000 das ist einfach zu expensive meine freunde einfach zu expensive und der hätt ich halt schon super werte der hätt jetzt eine super werte 442.000 okt muss man einfach schon mit chillen da war auch nicht schlecht gell aber ich brauche erst 2s unter 30 2,6 der war auch nicht schlecht 2,6 51% der ist aber nicht schlecht der ist nicht schlecht den schönen Lila für jeden primär jetzt machen kann doch immer pauschal schwarze ist auch schön die Lele gefällt mir überhaupt nicht so aber vielleicht einen schönen hellblauen das weiß in der lena 325 ist ein bisschen schneller 2,6 wo schneller ist 227.000 das sagen ja oder hello my name is mike hawk hello mike hawk sorry about that that you see at this moment my friend i need the chat pop it out ich muss den chat größer machen meine freunde ich muss den chat ein bisschen größer machen ich muss den chat größer machen ich glaube mein fehler so den holmanns oder der zog den holmanns der ist gekauft so nahm oder 70.000 sondern haben wir den netz hat können wir sagen auskommen meine freunde ausgang let's go ausgang so die musik ist das weg mit so einem set den gängen allgemein sich gestalten dann ja auf jeden fall so jetzt haben wir da meine fahrzeuge so nahm weissen siehst du genug platz schmecken wir mal wir haben nur 77 parkes schonane meine freunde Was haben wir denn jetzt zu tun, können wir jetzt auch oder können wir jetzt primär einstehen, meine Freunde? Das ist geil. Reflection? Nein. Was hat denn damit das bessere Lila da gewesen, oder? Ein schönes Lila, das ist schon mehr. Ein höheres Lila. Komm her, hell. Ah, dann zurückgesetzt. Jetzt habe ich zurückgesetzt, die Trottel. Das will ich. Bisschen mehr hell. Ah, das geht nicht. Ist ja gleich. Machen wir das zurück, so gesetzt. Schaut gut aus. Aber die Prams-Sättel können wir auch noch machen. Das wollten wir aber nicht. So, dann wollen wir jetzt die Leistung, meine Freunde. Ah, Straßenmotor. Ja, da können wir es richtig rein. Reintübeln, meine Freunde. Da können wir es richtig rein. Tor-Berlader. Ein Drehmoment dazu. Der ist ausgerüstet. Der war aufgeladen, der kostet 2.000. Für die Crasherone, wo war es denn denn? Eine Lagerreife, gekribbete Lagerreifen. Traktion mehr. Cras brauche ich jetzt noch ein, aber schau schon die Böden aus. Und warum gehen wir den? Panzer. Gesenken. Das lassen wir noch, das haben wir, da haben wir schon einiges, Rennmotor kostet 84, plus 6, okay, passt, das lassen wir jetzt dabei auch so meine Freunde, so schalten wir uns das Licht ein, so und jetzt schauen wir, weiß ich überhaupt nichts. Wow, 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 wow. Oh, jetzt kann ich gerne meine Freunde, jetzt kann ich gerne. Wow. Vollgas. Weiß ich nix. Wow. Weiß geil. Der hat richtig zünder. Richtig zünder, wenn ich... Wow, 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 wow. Ab durch die Botanik. Ich brauche auf jeden Fall ein besseres Wetter, wenn ich vielleicht ein besseres Wetter brauche. Besseres Wetter. Auf alle Fälle ein besseres Wetter, wenn ich vielleicht. Das ist ja auch Wahnsinn. So, was ist jetzt eigentlich, wenn ich den verkaufen würde? Ich würde 272.000 können. Ich brauche not. Ich brauche nicht recherch. pine... Ich brauche wie man auf jeden Fall. Ich brauche nicht, ich brauche nicht! L berecht mich! So Let's go meine Freunde, go So, diesmal mehr rundherum meine Freunde, diesmal mehr rundherum Wow, holy moly, shit er ohne meine Freunde Let's go Wunderbar, wunderbar meine Freunde Oh, er geht gut, er geht echt gut Das, der Steyr Fuck, schick er das Beste gelangt, er geht ab wie Schmitz Katze, meine Freunde, wie Schmitz Katze geht ja ich weiß nicht, aber ich höre besser, meine Freunde unterbrechtig das muss man gut nicht schauen irgendwo muss da ja ein Rennen gehen gar kein blassen Schimmer, meine Freunde gar kein blassen Schimmer das muss man gleich ein Ding machen, meine Freunde da ist es, schauen wir, dass wir uns da mal ein Rennen machen, meine Freunde, ein schönes Rennen das muss man gleich ein Rennen machen dabei wäre da ein bisschen fein Schöpfen wir dann hier für meine Freunde und dann für ein paar und da schicken wir uns auch wieder die Furchtgröße machen wir doppelt so groß Zeitstempel natürlich auch, ist ja ganz klar Der Arm ist richtig groß, perfekt, genauso wie ich das habe. Da kann er rennen Sie meine Freunde, geht schon, let's go. Schwacher Runde meine Freunde, schwacher Runde, schwacher Runde. Let's go. Wow, mega nice meine Freunde, wow, 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 wow. Okay meine Freunde, jeder Song lassen wir es gut sehen. Driving Empire, neues Auto am Start. Wer heißt das eigentlich? Der Bren... Der Bren... Der Bren... Cap... Brenzap... RS2. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen, Like nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal wieder. Servus, ciao und... Papa. Bye. 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 Vielen Dank.